Ich überhole direkt Willowkotas, ne? Ja. Gut. Eins, zwei, drei. Hallo und herzlich willkommen zum WowTrip mit, ähm, ja, unserer gewohnten Mannschaft aus den letzten drei Folgen. Und ich starte mal den Motor. Voll der Profi. Wahnsinn. Und läuft er auf? Ja, ja, der startet. Er startet, er fliegt, er fliegt ab, er hebt. Aber der Getriebe-Sand, also der Getriebe-Sand, da muss noch was Besseres rein. Achso, Hannes muss doch vor mich, oder? Ja, Hannes müsste eigentlich auch überholen. Ich muss überholen, dann überhole ich euch mal. So. Nur Kotas muss er mal vor... Nee, ach nee. Nee, ich war ganz hinten. Ja, er fällt eigentlich so vorderweise hinter mir, aber wir haben den anderen hinter mir. Ich kenne den Weg übrigens nicht. Das ist gut. Der Kutcher kennt den Weg. Also, mach nur noch. Du kannst ja nicht von der Radia ausfahren, also kannst du eigentlich nichts verfahren. Ver-ver-ver-verfahren, ja, verfahren. Du kannst... Du kannst dich... Abgeschaltet, hast du gelesen. Du kannst dich nicht bedingsen. Ja, vier. Ihr wär'n cooler Parkplatz gewesen. Ein Euro in die Dingskasse. Manikus, weißt du, was jetzt blöd ist, dass wir jetzt Nacht haben, wir sehen die ganzen Denkmäler nicht, die jetzt gleich kommen. Das war echt gut, was du sagst. Ist genial. Hat's funktioniert? Ja, ich bin hinter dir. Sind's ja auch die Denkmäler und nicht die Denksmäler. Ihr wär' übrigens ein Parkplatz gewesen, wir euch aus. Ich hab' euch doch vorhin gesagt, da war ein Parkplatz schön. Ach ja, schön immer so hell ist wie die Päcksche Dunkel. So, und wir haben uns dort dahinten so dumm hingestellt. Naja, dann passt's. Ja, aber anderes hätte wie Hessen durch Strichel so zugreifen. Siehst du jetzt mal, das hat den Strafpunkt eingespart, den ich hier parkt hätte. Ja, und wieso ist der Parkplatz halt einzeichnet im Menden der Map? Ja. Gute Frage. Achso, ich kann ja gar nicht gucken währenddessen. Irgendwas macht hier verkehrt. Der Weg in den Pfad geht nicht, das stimmt. Vor allen Dingen an das, da kommt meine Lieblingsbrücke. Ja, alles im Dunkeln. Die Brücke ist aber echt geil. Ja, ob das schön gemacht. Also unter Tags, wenn du da schauen, das ist echt sensationell. Ja. Okay. Aber leider haben wir ja das Pech durch den Serverstart und das Update, dass wir nicht mehr beim Tag sind, sondern in der Nacht fahren. Ja. Naja. Jetzt ist das auch gut wie nix. Unter Zitronenkugelhub von dir war ich schuld. Was du unbedingt noch packen hast müssen, bevor wir in den Hamburg standen fahren. In ein paar Minuten wird's ja hellen. Wir könnten ja, vielleicht haben wir ja noch Glück. Wir sind ja, ey, wir sind jetzt schon an den meisten Sachen vorbei. Ja, ja, ja. Hey, Guten, wie schnell fahren wir dann? 67. Sicher? Erlaubt 70. Weil ich 70 fahre und du bist schon so weit vorne. Hast du jetzt den Guten gefragt, wie alt er ist? 67? Wie alt er ist. Ja, 67. Was ist da gut runter, ey? Dracker-Opa. Achtung, gleich kommt ein Bahnübergang. Ah, schön. Nicht schlecht. Oder? Ja. Und die Schranken sind unten. Oh, das ist interessant, da der Bagger, wo da die Holzstämme buxiert, der arbeitet nachts oder morgens knapp vor vier. Das kann ich mal da sein. Das nenne ich Arbeitsmoral. Das kann ich mal da sein. Du hast einen Satz ohne Preis gesagt, boah! Ich hab's ja mit dem Dings, ich weiß auch nicht warum. So, seid ihr hinter mir? Na, ihr kommt. Ja, jetzt habt ihr dieser komische Bahnübergang, da muss man ja auch passen. Interessant, die lassen einen da mit 70 über einen Bahnübergang brettern, das ist aber auch nicht normal. Nee, muss man nicht richtig. Also bei mir ist er unten. Ja, bei dir ist er auch unten, ja. Okay, dann warte ich ein bisschen auf euch. Ist es schön, dass du das hier bist und bei du. Das macht man nämlich so beim Convoy. Ah, okay. Durch der ersten Bahn fahren, oder was? Ja. Das sieht hier echt auch im Dunkeln schön aus. Ja. Na gut, wo bist du denn schon wieder, wo fährst du schon wieder, du bist jenseits von Gustenböse. Jenseits von Gustenböse. Ich bin in der Saat und Binnen hier. Ja, ja, aber Convoy heißt zusammenfahren. Ja. Ja, aber wer vorne fährt, der führt. Ich glaube, du hast was verkehrt verstanden, was so ein Convoy angeht. Ich fahr jetzt mal 50 oder so. Ja, genau, das solltet ihr mich ja eigentlich mit mir aufhören können. Ja, weil wir können ja sowieso nicht aufholen, weil wir hier auch nur 50 fahren dürfen. Ach ja, okay, sie sind hier dann, kann ich ein bisschen Gas geben. Also ich will schon auf der nächsten Brücke. Deswegen ist der Convoy so schwierig zu fahren. Weil da vorne wesentlich langsamer fahren muss, dass ich nur noch beigomme. Ach so, jetzt ist es 70. Ja, so schnell fahr' ich gar nicht. Ich auch nicht. Mein linkes Bein mal ausruhen hier. Nein, ich bin kein Linkshänder, äh, Treter. Ja, ja. Das glaubt, wer will. Ich glaube auch gerade nur 12 Liter. Wollte schon mal ein Gedanke machen, 12 Liter trinke hier. Dar sie muss dann sagen, ab wann es dann kritisch wird. Ja, bei 12 Litern wird es schon kritisch. Ich wollte was laufen muss, 12 Liter, boah, bis die fort sind. Kannst du rechnen, pro Blaseninhalt 400 Milliliter, oh, da kannst du rennen. Ich glaube, ich geh jetzt runter auf 30, weil man euch immer noch nicht sehen kann. Ja, 65. Ich frage ich noch gar nicht so hart. Da hätt' der guten aber ein Problem, wenn er Sand in den Getriebe hat. Wenn er schnell ins Klo rennen muss. Ach, das ist super. Getriebesand ist Pflicht. Bei jeder Inspektion füllen die dir dein Getriebesand nach. Jawohl, genau. Geh's an die Tanke, sag's, füll's nur dein Getriebesand nach. Ach, sauber, die Handgeräusche. Und neues Wasser für die Wasserwaffe. Gegenverkehr. Ja, ja, passt schon. Der fährt ordentlich. Gut. Mit 30 hier langfahren ist hart. Das kommt davon, wenn man so vorpest. Ich hab mich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen behalten. Ja, ja, das heißt, du kannst bis zu fahren, ne? Du musst 70 fahren, ne? Das ist schon ein Unterschied, ne? Das heißt nicht, du musst jetzt. Du darfst. Aha, ich seh dich. Mich nimmst du gleich in B. Hört sich an, wie so, als wärst du bei der Terroristengruppe. Ich bin in B, muss nach B, over. Ah, ich seh euch im Rückspiegel, over. Ja, ja, genau. Demnächst halten wir noch die... Muss jemand in die Werkstatt, aufs Klo. Da sieht, wo es der schöne Slack gehabt hat. Du bist so ungefähr ein paar Meter zurück. Ja, Trinity auch. Ja, wir kommen in Bialystok rein. Oh, hier ist einiges los. Das ist noch nicht unser Zielort, oder? Oh, das Ziel ist so lang. Hier ist ein LKW verunglückt. Oh, oh. So lang wir es nicht sind. Das soll sich abschleppen lassen. Machst du das auch immer so? Lässt du schon einmal abschleppen hier. Ich nicht, aber den LKW. Ich sag doch, gib mir keine Steilvorlagen. Ich muss die sonst... Das ist mein hessisches Blut. Ich muss direkt ausgehen. Bist du jetzt gleich links, oder noch eine weiter? Die Hesse komme. Ja, ja, aber zu spät. Zu spät. Bist du jetzt links? Ja, aber aus der Stadt links oben wieder raus. Ja. In Richtung Norden. Okay, also links, wo der Daumen rechts ist. Der guten LP. Oh, da darf ich gerade nicht. Links, nicht geradeaus. Warum? Du fährst schon mindestens jetzt auf ein Kilometer mit der Wandblickanlage. Ja, hier vorne geht es doch nicht voran, Junge. Ja, jetzt nicht mehr. Nein. Aber vorher sind wir jetzt gerade gefahren. Ja, nein. Also Manikus, wenn du weiter so stoppst, fahre ich den hinten hin. Ja, dann kriegt Manikus eine, weil da keiner anhat so. Ja, wir müssen geradeaus, Babbel. Ja, wenn du, wenn du, wenn du... Hannes vergeht, brauche ich auch nicht auf ein Kilometer nachher. Der müsste aber dann nach vorne rechts fahren. Ja, du kannst die nächste auch rechts fahren. Ah, so. Da war ich verkehrt. Ich war es gerade ein bisschen irritiert. du warst eine kreuzung zu früh na gut bin ich zu früh gekommen also ich bin immer noch vorne ja ich sehe dich ich reihe mich jetzt dann wieder ein müsste da sie von rechts kommen oder so ja ich sehe dich du bist wieder richtig auf dem kurs die stunde scheiße wird damit damals alles roger roger und dann heißt es dann aber alles klar herr roger wo kam der welchen film wie hieß der die reise in einem verrückten flugzeug war das der ja das ist ein running gag das muss er auf youtube gucken ist geil oder wenn die da so zwei schwarzen sind die anfangen bayerisch zu fluchen bzw zu schwätzen wie sagt man sagt man bayerisch sagt man nicht babbeln quasseln quatschen quatschen wieder kraft wieder keiner was kann bayern dabei kann ich nicht mitreden ich hab mir sagen dass das gemisch ist gefährlich bayerischen hessisch wir können ja sagen wir sind ja so dieses hat sich der konvoi wieder zusammengefunden ich guck mal außer hinter mir ist das gut hinter dir als triniti rienti ok dann passt da könnte auch sagen wir wieder hackengas geben drei ländereck konvoi oder so sind ja österreich schweiz und deutschland ne ja 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 gut die hessen sind ja kein deutschland ist noch kein freistaat also da gibt es auch noch fehler müssen wir noch das wissen auch wie die bayern dann machen das reicht doch von wegen muss doch so sein ist doch schon gar nicht an der tankstelle vorbei also man kann noch ein snickers mitnehmen oder so wenn es mal wieder länger dauert jemanden kaffee noch ein toast noch ein ein noch ein kaffee noch ein brei etwas konfitüre etwas marmelaar ich bin ja nicht verheiratet ich darf ja klar muss einer tanken muss einer aufs klo muss jemand mehr pullern nein und da glaubt mir was gerade was passiert wenn da so wenn er da eine geht in die tankstelle dabei kann der mit der zitaronenkugelhupf raus ja das kann ich mir so lebhaft gerade vorstellen so mit der gabel und so auf dem teller wir müssen jetzt hüte chips kaufen die sind auch gelb oder was ja ja goldgelb goldgelbe chips und kugelhupf auch gelb ja alles in gelb ja die verkehrsschilder hier du kriegst mal irgendwann gelbes nigger als du oder gehst immer mal einkaufen nur gelbe sache wird aber schwer ja ich weiß nicht weil gäbe sich ein problem musste mäßig erfahren ich war nicht immer 70 ich war 66 ja ja so wie du siehst dass die lichttechniken ja dunkler werden aber ist sie genau dass eine fliege vor der her fliegt so ein mist so jetzt haben wir nämlich das problem jetzt sind wir hier im kurven gedöns mit abbiegung und ich weiß nicht wohin kurven gedöns mit abbiegung fahr mal an der nächsten kreuzung weil das du kannst an der nächsten kreuzung links und rechts fahren das gedöns kommt gleich nach dem dingst ja das ist so ein das ist so ein kreis das geht gleich nach dem bums rechts rum das ist egal wie du fährst und nach dem bims nach dem bims fährst du rechts nach dem bims fährst du rechts ich kenne es ja eigentlich mega assi fahren und keinen fällt es auf ja stimmt ja du kannst du einfach in den kreis oder ich mache jetzt den pomat 30 rein und lasse euch aufholen du kannst aber auch ein parkplatz suchen ein bambomat ja das werde ich auch tun äh guck mal es geht rechts nach links hin bist du rechts gefahren an der kreuzung weil da kannst du auf der strecke kannst du parken da fährt nie einer her ich bin natürlich links gefahren ja schön ich fahr schön deswegen sagen wir ja fahr zusammen ich bin jetzt rechts ich fahr auch rechts ja und da können wir auch parken da ist auch genügend platz also wenn ihr soll ich hier jetzt drehen oder was nein du kommst uns ja quasi wieder entgegen soll ich mich jetzt rechts hinstellen oder was oder wie oder was ach ich muss ja gleich eh ganz hinten hin also wachtest dann wo die straßen wieder zusammenkommt bis alle da sind seid ihr alle da das kenne ich so von früher was war das kassball theater was alles noch so kennt wenn er nicht angeht dann seht ihr wenn ihr richtig steht oder so ähnlich ob ihr richtig steht seht ihr wenn das nicht angeht ja hannes du kannst aber jetzt gleich da einfach halten mal ähm weil da vorne ja kein platz ja das ist hier auf der straße ist das egal hier kommt keiner her weil die navis dich nicht hierher leiten sowas weil die ist länger für das navi du weißt doch die navis leiten nicht immer über die kürzeste stecke auf die brems und bevor man wieder auf der straße sein ja so ich bin jetzt im stand gut dann werde ich jetzt hier vorne stehen bleiben bei den feldern ja was gut dann machen wir das auch dann machen wir das auch jetzt so wünscht ich sehe guten dahinten also wenn es noch mehr der platz braucht noch einmal platz aha da kommen sie auf kuschelkurs sind der begleiter auch wieder mit dabei natürlich der hat sogar die warmflinkanlage hinter uns raus wow der lernt was ja der wahnsinn schön schön so wie sich das gehört so wie sich das gehört ja ich würde sagen diese etappe ist dann erstmal vorbei und ich glaube als nächstes ist der bammelhansel äh ne hahaha 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 sagen wir einfach wir wissen schon wer ist da und wir sehen uns dann bald wieder tschüss 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 tschüss